Willkommen zurück bei Anstoße 3, Folge Nummer 82. Wir sind mit großem Erfolg in die Saison gestartet. 6 Punkte aus 2 Spielen im Pokal leider rausgeflogen, aber whatever. Jetzt haben wir Zeit, uns 32 Spieltage lang auf die 2. Liga zu konzentrieren. Und wir spielen jetzt gegen Erzgebirge Aue. Die sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet. Wir stehen auf Platz 8 nach Aue. Fahre ich doch immer gerne. So, am Kansa fällt 6 Wochen aus. Amade ist noch riskant. Becker ist auch bald wieder da. Ja, nach dem Pokalspiel wird natürlich rotationstechnisch einiges rückgängig gemacht. Laurini kommt zurück in die Start-Formation. Der 20-Jährige, Herr Volkert, bekommt hier mal die Chance. Auf einen Einsatz von Knebel kann wieder spielen, geht aber erstmal auf die Bank. Ah, 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 Belfodil wieder rein und Kostic wieder rein. Ja, Aue ist stecketechnisch überlegen. Ich halte keine Ansprache. Wege Prinz tippt 0 zu 5 auf uns. Das wollen wir doch sehen. Das hätte ich doch gerne gesehen. Würde ich doch gerne sehen. Kevin Goden sieht gelb wegen Reklamierens. Wird das hier der dritte Sieg im dritten Spiel. Jetzt Marosic spielt den Ball zurück ins Mittelfeld. Kalabresi haut den Ball ins Aus. Und Kärisch-Baumer mit dem 1-0 für Aue in der 24. Minute. Daher gelbe Karte für Kalabresi in der 25. Minute. Gelbe Karte für Kostic. Und 2-0 Michael Becker für Aue in der 40. Minute. Miojevic sieht gelb. Das war keine gute erste Halbzeit. Wir gingen 2-0 hinten. Hatanga spielt schlecht. Wird kritisiert. Kann ich ihn ja schlecht rausnehmen. Wir spielen jetzt voll offensiv. Einsatz erhöhen. Und ein Donnerwetter da lassen. Naja, Abstieg wollen wir hier noch nicht reden. Jetzt direkt, direkte Reaktion. Einwurf Kammerbauer auf Belfodil. Der flankt den kurzen Pfostenkopfballverlängerung von Ben Jeda. Huth kann zur Ecke klären. Ich wollte gerade eben sagen, kein mir bekannter Name mehr. Aber doch, Janik Huth kenne ich doch. Bürger, Huth packt sicher zu. Porat nimmt den Ball mit. Hatanga dringt ihn ab. Flankt. Kommt keiner dran. Mausic passt quer. Kärisch-Baumann gegen Kammerbauer. Ja. Spielt dann mal auf die rechte Seite. Becker spielt Schall-Mausic gegen Laurini. Nimmt den Ball mit. Spielt quer. Kärisch-Baumer schlägt noch einen Haken. Zieht ab. Und der Ball ist drin. 3-0. Das könnte die Entscheidung sein, wenn hier nicht noch so viel Zeit auf der Uhr wäre. Boah. So eine 62. Minute. Ich habe die Schnauze voll. Wechsel jetzt. Die Formation. Stelle auf Dreier. Spitze um. Kammerbauer geht raus. Otto kommt rein. Taktische Gründe sind hier sehr gut. Clark kommt für Atanga. Und... Neidhardt Verkostic. Voll offensive. Gucken wir mal, ob hier noch was geht. Ansonsten ist das halt die erste Niederlage. Nerola verunglückt. Diese Flanke hier passiert nicht mehr viel. Oh, da hat sich unser Torwart verletzt. Scheiße, wir können nicht mehr wechseln. Dann geht Ben Jeda halt ins Tor. Eckball jetzt nochmal für Auer. Will der Ben Jeda hier noch eine Parade halt. Obso, wir müssen... Ben Jeda, ja. Tut er. Klärt souverän. Ben Jeda als Keeper hier. Mit einer guten Aktion. Wir verlieren 3-0 in Auer. Der erste Denfer in der Liga. Lennart Grill mit einer Inbanddehnung. Spiel bekommt die Note 4. Geht so. Konstantin, der Mann, das spielt. Wir fallen von Platz 2 auf Platz 7. Folgende Ergebnisse gab es. Halle spielt 0-0 gegen den HSV. Unterhagen gewinnt 4-0 gegen Dresden. Darmstadt verliert 0-1 gegen Bochum. Kiel verliert 0-1 gegen Würzburg. Nürnberg gewinnt 3-1 gegen Münster. Auer gewinnt 3-0 gegen Braunschweig. Paderborn gegen Bielefeld. Das Derby 0-0. Karlsruhe 3-3 gegen Ringsmunk. Was war denn da? St. Pauli verliert 1-7 gegen Heidenheim. 1-7. Was ist mit Heidenheim los? Die schlagen FC Bayern München mit 3-0. Gewinnen hier 7-1 gegen St. Pauli. Ja, bei St. Pauli bin ich mal gespannt, ob die jetzt neue Spieler verpflichten. Hier haben ja krass viele abgegeben. Neuer Tabellenführer Würzburger Kickers vor Halle vor Heidenheim. Die sind auf den Abstiegsrängen. Auf den Abstiegsrängen Regensburg, Kiel, Paderborn und Darmstadt. Hier in der Elf des Tages niemand von uns. Wir waren aber im bestbesuchten Stadion. Bestbesuchtes Stadion Aue liest man auch nicht so oft. Gab es hier gerade keine Transfers? Oder habe ich das jetzt nur weggeklickt? Ja, es war auf jeden Fall keine gute Woche für uns. Wir spielen jetzt gegen meinen Ex-Club aus Paderborn. Wir besuchen Grill und den Kansa erst mal. Grill fällt 2 Wochen aus. Letzten und häufen sich. 73% Vorstandsvertrauen. Sie haben mit ihrem Co-Trainer über verschiedene ihrer Spieler gesprochen. Ihnen ganz konkrete Hinweise gegeben, auf welche Dinge er bei ihren Schützlingen besonders achten soll. Auf welche Dinge er achten soll. Ich bin Germanist. Was ist das denn für eine Grammatik? Einige Spieler gewinnen deshalb einen Motivationspunkt. Champions League wird gespielt. Auch wenn ich sehe schon ein imposantes 1-6 von Eintracht Frankfurt gegen Lviv. Dortmund spielt 1-1 gegen Ajax Amsterdam. Leverkusen gewinnt 3-1 gegen Anderlecht. Und Leipzig verliert 1-0 gegen Palatineik aus Athen. In der Euroleague kommen jetzt auch deutsche Teams dazu. Nämlich Schalke gegen Norrköping aus Schweden. Ich bin mir den Eindruck, dass man diesem Team öfters begegnet hier. Und Hoffenheim gegen Benfica, Lissabon. Und Wolfsburg gegen Nordjylland. Oh, was ist das denn hier? Ehespieler Thomas Volkert hat herausbekommen, dass der Spieler Joey Brenner, der die gleiche Spielstärke hat, wie er. Erstmal Gruß in die Kommentare hier bei YouTube, wo mir jetzt die Story von Joey Brenner erzählt wurde. Sehr spannend. Hat mich gefreut, das zu lesen. Sehr interessant. Ja. Dass er unglaublich viel mehr verdient. Und unter vier Augen sagt er ihnen, dass er dies für ungerecht hält. Und dass er zumindest eine Aufstockung seines Grundgehalts und seine Auflaufprämie um ein Drittel vorhat. Sind sie einverstanden? Ja klar. Spieler ist zufriedengestellt. So. Kurt Zuma von Zenit verpflichtet Marseille. Ne, an Marseille geht das. Wir spielen jetzt gegen Paderborn. Berjukov rückt ins Tor. Brenner rückt auf die Bank. Nach dieser miesen Woche jetzt. Amade kann wieder spielen. Tut dies auch. Becker kann wieder spielen. Tut dies auch. Die Sperre scheint... Hatte der nicht noch länger Sperre? Ja. Und... Dann schmeiße ich mal den Clark rein. Und den von Knebel. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser wird. Die sind verstärketechnisch auch besser als Paderborn. Ich meine, diese... Ich habe sie lang genug selbst trainiert. Ansage bringt nicht viel, da ich die meisten Spieler ja gar nicht mehr kenne. Aber ich probiere es trotzdem mal gucken, was sie sagen. Ach du weißt du. Die kenne ich doch. Die meisten Spieler kenne ich doch noch mal früher. Die haben mich selbst trainiert. Das kriegen wir schon hin. Da machen wir uns gar keine Sorgen. Ich weiß doch genau, wie die spielen. Gut. Die Spieler finden die Ansprache unpassend. Ja. Ich habe das ja im Testspiel schon gesehen, dass ich eigentlich fast gar nicht mehr kenne. Heidi Klum, Tipp 6 zu 1, Sabunz. Wen kenne ich denn da noch? Füllgrub, Sabiri. Die hat Zingern los. Wie im Testspiel. Die anderen sind mir unbekannt. Von Knebel jetzt auf Kostic gegen Arjani. Geht an ihm vorbei. Kostic schaut. Paderborn hat auch erst einen Punkt aus drei Spielen. Plus Ausscheiden im Griff im Pokal, glaube ich. Belfodil. Herrlich Haken-Trick. Und der Ball ist drin. Herrlich Haken-Trick. Tordes Monats. Ich schaffe Belfodil in der neunte Minute. Wunderbar. Das ist aber ein Traumauftakt hier. Die ersten Halbzeiten sind bisher deutlich ereignisreicher als in der letzten Saison, habe ich den Eindruck. Armade gegen Pedro. Pedro flankt in den Strafraum. Kein Abseits, aber der Linienrichter hebt die Fahne und passiert hier noch was. Au, Pedro mit dem Ausgleich in der 40. Minute. Und der besagte Pedro ist da nochmal flankt. Da kommt keiner dran. Füllkrug gegen Laurini geht an ihm vorbei. Sieht, dass er jede Menge Platz hat. Läuft in den Strafraum. Wird nicht angegriffen. Legt sich den Ball seelenruhig auf den stärkeren Fuß. Stolpert. Und die Chance ist vertan. Über eine Unebenheit. Das ist mein Platz, mein guten Zustand. Und es gibt trotzdem Platz. Unebenheit. Ja, 1-1 sowohl das Chancen- als auch das Torverhältnis. Belfodil wird gelobt. Das ist ein klasse Tor. Aber ansonsten... Richtig, wie du es wollen. Aber richtig. Volles mit. Volles mit. So, und... Ja. 63. Minute. Wir brauchen, wir wollen hier drei Punkte holen. Und ich bringe mal Feigenspahn für Kostic. Ich will auch mal ein paar Ansatzminuten bekommen. In der 71. Minute bringt mich dann Bürger für von Knebel. Und einmal kann ich noch wechseln. Belfodil macht hier schon wieder ein Tor nach Vorlage. Feigenspahn bringt uns in Führung. Aber jetzt direkt Paderborn. Sabiri schießt. Und der Ball ist nun direkt wieder der Ausgleich. Gehen zweimal in Führung durch Belfodil. Zweimal ganz schnell der Ausgleich. Neidrat kommen für Amade. Und wir sind noch ein paar Minuten auf der Uhr. Aber hier scheint... Oh, nochmal Freistoß für Paderborn. Kurz vor Schluss. 23 Meter Zentral. Pedro tippt an. Kartal, die hebt den Ball über die Mauer. Aber auch über das Zoll. Wir spielen 2-2 gegen Paderborn. Naja, immerhin. Ein Punkt geholt ist auch gar nicht so schlecht. Belfodil natürlich, der Mann aus Spiel. Das Spiel war ganz nett. Kontinuerte 3. Wir klettern damit in der Tabelle von 7 auf 6 ein. Platz hoch. Folgende Ergebnisse. Jahn Regensburg gewinnt 3-0 gegen Darmstadt. Die sind noch ohne jegliche Punkte. Halb-einzige Mannschaft am Tabellenende zu finden. Würzburg spielt 1-1 gegen Halle. Wir spielen 2-2 gegen Paderborn. Bielefeld gewinnt 2-1 gegen Nürnberg. Heidenheim gewinnt 3-2 gegen Haching. Dresden spielt 0-0 gegen Aue. HSV gewinnt 1-0 gegen Karl 2 SC. Münster verliert 0-1 gegen St. Pauli. Und wir... Ach, wir... ...Win 3-0 gegen Kiel. Mit 9 Punkten ist Heidenheim Tabellenführer. Dahinter Würzburg und Bielefeld auf den Aufstiegsrängen. Wir haben auch nur 2 Punkte Rückstand. Auf den Abstiegsplätzen jetzt Dresden, Paderborn, Kiel, Darmstadt. In der 11. des Tages Ischak Belfodil. Transfers. Habe ich jetzt nach Vorwoche gar nicht drauf geachtet. Gab es da keine oder habe ich es übersehen? Auf jeden Fall gibt es hier Transfers. Nämlich... Phil Hallbauer vom 1. FC Köln zum FC Genua. Und Luca De La Torre von Werder Bremen nach Brescher Calcio. Da sehen wir, ob es an Pauli-Spieler verfliegt. Haben sie vielleicht schon gemacht. Ich habe es vielleicht noch nicht mitbekommen. So, wir spielen jetzt gegen 1. FC Nürnberg. Mal gucken, ob wir jetzt hier in diesem Paar wenigstens einen. Sikol Nürnberg steht in der Tabelle auf Platz 9. Hat 6 Punkte, 1 Punkt hinter uns. Verletzungen habe ich alle besucht. Kansa und Grill fehlen noch. Ansonsten sind alle wieder an Bord. Komplett sieglos hier aus einem Paar gehen. Wäre jetzt nicht schön. Deswegen jetzt hier voller Einsatzen gegen den 1. FC Nürnberg. Die ausländischen Pokale interessieren mich einen feuchten Kehricht. Muss ich mir trotzdem angucken. Ja, Nürnberg ist stark, über 100 Stärke. Grill kann wieder spielen, aber ist mir noch zu riskant. Ich denke mal, das Spiel gegen Paderborn war okay. Ich gebe aber dem Nighthawk mal die Chance für Laurini. Und Feigenspahn für Kostic mal die Chance. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Deswegen sage ich wieder nix. 7.500 Zuschauer. Günter Netzer tippt 1 zu 2 auf uns. Direkter Freistoß für Nürnberg in der 5. Minute. 19 Meter. Müll läuft an. Versucht den Ball, um die Mauer zu drehen. Der Ball geht weit vorbei. Und Nicola Dovedan bringt Nürnberg in Führung. Nach Vorlage de Clark. Da ist ihm wohl irgendein Missgeschick passiert. Er ist jetzt hier abseits der Linienrichter. Lässt die Fahne unten. Was soll das denn? Quaisern entwischt da ich. Man erreicht den Ball mit der Stiefelspitze. Und der Ball ist drin. Ja, vielen Dank. Viele Entscheidungen passieren, aber das war jetzt hier natürlich für uns ärgerlich. Zu diesem Zeitpunkt jetzt hier ist 2-0 zu kassieren. Frei auf Dovedan. Passt auf Evina. Wiener, den kenne ich dort von meinem FC Bayern. Oh, Reflex. Eckball. Der FC Bayern. 2-Spielstand bei FM 20. Hector. Kenne ich auch. Beim FM 20. Birjukov faustet den Ball aus der Gefahrensrunde. Komm, wenigstens den Anschluss hier vor der Pause. Nein, Quaisern mit dem 3-0. Und das scheint wie in Aue eine ganz schön herbe Niederlage zu geben. Ich wechsle jetzt direkt zur Halbzeit. Die Formation. Stelle auf. Drei Spitzen im Kammerbauer. Muss rausgehen. Übrige Otto für Kammerbauer. Die Noten sind gar nicht so schlecht dafür, dass wir hier auch es auch verlieren. Ahtanga unkostet. Stell auf. Volle Offensive. Ja, Robin Quaisern 4-0. Hier sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Da soll ich jetzt auch noch machen. Gelbe Karte. Durre dann. Quaisern trifft Neidrat. Der Ball landet im Strafraum. Medeiros ist schneller als Deichmann. Kommt mit der Fußspitze an der Ball knapp vorbei. Und Lukas Müll macht das Debakel perfekt. 5-0 verlieren wir hier. Oh, das war kein guter Part. Zweimal auswärts. Ganz kalte Dusche abbekommen. 5-0 gegen Nürnberg. Ein Punkt aus drei Spielen. Nur gewohnt. Robin Quaisern, der Mann des Spielspiels, bekommt die 0-3. Wir fallen auf Platz 10. Unsere Tordifferenz sieht jetzt auch ziemlich scheiße aus. Minus 5. Ja, das haben wir uns in diesem Part eingebrockt. Paderborn spielt 1-1 gegen Dresden. St. Pauli gewinnt 2-0 gegen Bochum. Unterhaching gewinnt 3-0. Und das sieht auch schön aus hier. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Aber gut, nicht ganz in der Reihenfolge. Ja, Unterhaching gewinnt 3-0 gegen Regensburg. Wir verlieren 5-0 in Nürnberg. Bielefeld gewinnt 4-0 gegen Münster. Aue spielt 1-1 gegen Heidenheim. Karlsruhe spielt 3-3 gegen Würzburg. Halle verliert 0-3 gegen Kiel. Und Darmstadt verliert 1-3 gegen den HSV. Bielefeld neuer Tabellenführer. Dahinter Heidenheim und Nürnberg. HSV macht auch einen ordentlichen Satz. St. Pauli auch. Ein guter Tag für Hamburg. Hier auf den Abstiegsrehen Kiel, Dresden, Paderborn. Darmstadt, Darmstadt immer noch mit 0 Punkten. In der Elf des Tages ist natürlich niemand von uns. Und jetzt könnte es für mich schon langsam ungemütlich werden mal wieder. Sam Bryan geht von Hoffenheim nach Köln. Und Akpoguma geht auch von St. Pauli weg zum BVB. Kovunaki geht von Düsseldorf nach Werder Bremen. Ja, ich habe gesagt, wenn ich den Saisonstart in Sand setze, dann kann ich noch Spieler verpflichten. Wir haben nur noch 67% Vorstandsvertrauen. Im nächsten Part spielen wir gegen Münster, Bielefeld und den HSV. Das sind doch drei Gegner, die ich alle nicht leiden kann als Paderborner. Da freue ich mich doch drauf. Wir sagen Tschüss, bis dann.